Hallo, einen wunderschönen guten Tag hier aus Deutschland-Dürren. Ich grüße meine Eltern und ich grüße vor allem meine ganzen herzlichen, liebevollen, unternehmungsvollen Facebook-Freunde. Heute geht es mal nicht um ein Unternehmen. Ich möchte euch mal einen sehr bekannten Schneider mit seinem Geschäft und seinen tollen Produkten. Er hat immer ganz tolle Teppiche auf, Vasen, Handtaschen und natürlich auch Besucher, Gala-Kleider für Hochzeiten, festliche Evente usw. in indischer Art. Der Chef selber ist aus Sri Lanka. Das Geschäft heißt Selektion und ist hier in Dürren auf der Neuen Jülicher Straße. Okay, ich würde also vorschlagen, hier kann man ja auch schon mal ein paar hübsche Gleitschen sehen, dass wir einfach mal reingehen und eine Führung durchs Geschäft machen. Also, folgt mir doch einfach. Ich möchte darauf hinweisen, dass aufgrund der gesamten Corona-Situation auch hier im Geschäft Maske geflüchtet wird. Also werde ich meine Maske jetzt mal wieder aufsetzen. So, hier kann man für den Garten hübsche Tischdecken für den Terrassentisch erwerben. Das sind also hübsche Vasen hier aller Art. Schaut euch doch mal dieses Äpfchen hier an. In Gold. Super, ne? Finde ich ganz, ganz schick. Wir sind natürlich auch Teppiche in verschiedenen Kreationen, Mustern und mit Glitzer drin, wie man auch sieht. Also schon tolle Modelle, ne? Hier kann ich mal kurz einblenden. Auch hochwertige Decken in allen Farben hier. Und dies sind die Teppiche mit Silberglitzer hier, wie man sieht. Er ist doch auch toll hier. Wunderbar. Das erinnert ja wieder an die Meerestiere. Kriegt man direkt gute Laune, ne? Die Lula mit dem Antrazit Grau hier finde ich auch so schön. Für jeden Geschmack etwas dabei. Auch dieser hier, ganz toll. Hier ist auch wieder etwas mit Glitzer und Schwarz. Sehr schön gemacht. Ja, hier die wunderschöne Ecke. Süß, Elefanten, Katzen, Äpfchen. Hier ist ja ja. Und hier? Ja, hier ist ja nicht. Das ist ja nicht. Einstrahl. Das ist ja nicht. Es geht. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Oh, was der Herr sagt. Also gehts, Herr, wenn Sie eine Zeitstelle. Bist du sich in der Nürnberg hinfinden? Das ist ja nicht. Ja, ist das nie. Ja, dass du schnellst. Doppelst du vielleicht? Was du altered, dass du hier der Transport befestigst? Nichts? Das ist ja nicht. Die Hintergrundgeräusche, das sind gerade Kunden, die sind gerade ins Geschäft gekommen. Also nicht wundern, okay? Ich gehe jetzt mal in eine andere Ecke. Hier haben wir noch zwei tolle Spiegel. Die Farbe fängt der Kamera nicht richtig rein. Die Tasche ist definitiv bräunlich. Und nicht bronzifarben wie hier oder so. Hellbraun, sondern eher dunkelbraun. Und hier haben wir eine pinkfarbene, auch ganz toll, rosy-pinkfarben. Sehr, sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, Videofirma, du kannst ja die Taschen dann alle mal einzeln etwas bräunen. Hier stimmt auch die Farbe nicht. Auf der Kamera sieht man deutlich, das ist jetzt ein Blau. Das ist aber in Wirklichkeit ein helles, perlmottglänzendes Türkis. Ja, die ist natürlich auch ganz toll, ne? Schlangenmotiv. Sehr, sehr schick. Hängen sie mal um. Ja, so geht das dann, ne? Schickmodischer Trend. Ja, ich stelle sie dann mal wieder hier hin. Die finde ich ganz toll. Die ist doch auch hübsch. Oh, war ja mit dem dicken Diamanten drauf. Führ sie mal vor. Sich ausführen zu lassen. Passende Fahrzeug noch dabei, ne? Halt sie mal bitte, Stille. Von dem Herrn, der einen dann zum Dinner ausführt. Also wenn er Diamanten oben echt wäre. Die ist dann wirklich sehr, sehr schick. So, hier haben wir dann verschiedene Kopfbedeckungen. Verschiedene Kopfbedeckungen. Hier sind sehr schicke Kleider. Hier diese Tasche sind auch noch ganz super hier. In Gold. In Gold. Sehr, sehr schick, ne? Halt sie mal. Halt sie mal vor. Die wird dann so getragen. Ja, das ist ein Shopper, ne? Ja, super. City Shopping. Ja, jetzt gehen wir mal weiter hier zu den Kleidern. Verschiedene Art. So sieht das dann aus. Hier haben wir natürlich noch Schmuck. Auch sehr schick gemacht. Durchaus. Hier haben wir tolle Kleider. Sehr, sehr schön. Dies hier zum Beispiel. Das finde ich auch ganz modern, elegant gemacht. Und toller Stoff. Ganz leicht. Die Farbe wird wieder nicht richtig eingefangen. Es ist knalliges Grün. Die Farben wirken hier auf der Kamera leicht verwaschen. Es ist ein leuchtendes Kleid. So, hier sind verschiedene Arten. Ja. Mein Blau. Stahlblau. Auch nicht schlecht. So was ist natürlich wesentlich festlicher, ne? Das ist klar. Sehr schick. Sieht man immer in diesen traumvollen, romantischen, indischen Liebesfilmen. Solche Kostüme, ne? Wie diese Art auch. Die ist viel aus den Filmen. Die sind indischen Liebesfilmen. Ein Tapet ist auch schön, ne? Ja, sehr, sehr schick. Das ganze Geschäft ist wundervoll ausgestattet und wirkt auch sehr elegant. Hier haben wir auch noch verschiedene Kleider. auch sehr schick. Ein Zitronengelb mit Glitzer, Steinchen drauf, Pailletten und so weiter. Ganz, ganz toll. Das sind außergewöhnliche Teile. Wo kriegt man sowas, ne? Auf jeden Fall. Das sind schon außergewöhnliche Designteile, ne? Ja. Oder so etwas hier. Auch mal was anderes. Mit Bestickung drauf. Ja, dann haben wir hier wieder die festlichen Kleider. Ja, auch ganz toll. Das ist auch ein hübsches Modell. Sehr schick gemacht hier unten. Wunderschön. Seht ihr hier, die Farbe ist nicht blau, sondern eher Petrol. Ganz toll. Kann die Kamera nicht reinfangen. Das sieht auf der Kamera blau aus. In Wirklichkeit Petrol. Wirkt eigentlich so zwischen Türkis, Petrol, Anthrazit Grau. Und dies ist natürlich mit Gold-Ornamenten hier verziert. Das wirkt jetzt wieder ziemlich orientalisch. Ja. Das Pesli-Muster kommt ursprünglich aus Persien. Ja. Und hier haben wir auch verschiedene Modelle wieder. Das ist jetzt auch ein richtiges kräftiges Blau. Ja, das kann die Kamera auch alle einfangen. Das sieht man deutlich. So, dies ist doch auch hübsch. Schön. Das ist eine Farben-Explosion. Ja. Ich suche mal was ran. Ist einfach mal was anderes. Oh, das ist Samtgrün. Ist doch hübsch. Guten Tag. Hallo. Das könnte doch schon stehen. Und unten dann Lila. Halt's mal an. Ich stehe ja kolossal auf Lila, ne? Ja. Sehr hübsch gemacht. Und hier mit Bronze, Gold, Ornamenten, Stickerei. Sehr hübsch. Ja. Mal ein anderes Modell. Und hier haben wir mal weiß. Rot. Auch sehr auffällig. Das Rot sieht auf der Kamera aus wie fast schon orange. Es ist knallig rot. Und was jetzt auch für den Sommer wunderbar ist, hier finde ich von den Farben ja auch sehr hübsch. Ist hier so was leichtes. Schick. Hier haben wir mal was mit Rosen. Auch sehr nett. Rosenliebhaber. Ich blöde die Rosen mal an. Da sind die Rosen. Ja. Hier haben wir wieder den Schmuck, ne? Den legt man sich dann so um. Das ist auch was Fantastisches, ne? Sehr, sehr aufwendig gearbeitet hier. Ganz toll. Verschiedene Farben und Steine. Super. Und auch diese Art hier ist auch was ganz Besonderes. Eine Tasche. Die Marke. Herz. Herz. Motiv. Also die finde ich ja ganz, ganz toll. Ja. Das ist eben dann auch für abends elegant im Hotel. Business First Class Hotel sich ausführen zu lassen. Oder eben auch eine Festlichkeit. Ein tolles Event. Auch sehr, sehr schick. Auf jeden Fall finde ich die Tasche sehr, sehr wisch. So, dann haben wir hier die verschiedenen Stoffe. Das sind ja auch ganz tolle Muster hier, ne? Kann man mal einzeln ein bisschen einbinden. Sehr, sehr wisch. Hier habe ich auch noch einen tollen Stoff. Das ist auch was Schickes hier. Diese Art. Sehr, sehr elegant. Oder hier habe ich auch noch was Hübsches. Das sieht auch schick aus. Asiatisch mit Drachen. Asiatisch, wunderschön. Aber der hier ist schon was Schickes, elegant. Ja, hier auch. Wunderschön verschwunden. Guck mal her, warte. Hol den mal raus. Hol den mal raus. Hol den mal raus. Hol den nochmal raus. Hier ist mit Tigermotiv. Was sagst du? Hol das mal raus. Das sieht aus wie Versace. Versace. Das ist auch was. Das könnte Versace sein. Das könnte Versace sein. Das könnte ein bisschen zusammenrollen hier. Toll. So. Einfach auf den Stellen legen. Ja, wie gesagt, jede Menge Auswahl hier vorhanden. An tollen, modernen, exklusiven, extravaganten Stoffen. Das finde ich auch toll. Die verschwommenen Farben hier. Sehr schön. Wirkt wie Meereswellen. Ja. Und hier auch. Das hat wirklich alle Farben, die man sich so vorstellen kann. Sehr, sehr schick. Da ist ein Tigermotiv. Hier ist Tigermotiv zu sehen. Leopard. Ja, genau. Wunderschön. Ein bisschen mehr rausholen. So. Ja. Und hier haben wir da noch. Sämtliche Arten von Tischdecken auch, ja. Das ist auch was hübsches hier. Schöne Sache. Mit Gold. Und dies hier auch mit Gold. Sehr, sehr schick gemacht. Mit den Orgamenten. Und hier eine mögliche Art von Schmuckbändern. Bordüren. Bordüren. Genau. Richtig. Ganz toll. Ja. Dann möchte ich mal vorstellen. Das ist also der Chef und die Chefin vom Geschäftsselektion in Düren. Da sind sie ja. Der tollen Schneiderei. Der beste Schneider in Düren. Danke. Ja. Wo wir also regelmäßig Kleidung hinschaffen, wenn etwas zu ändern ist. Ja. Wir sind ja schon Stammkunden, schon seit Jahren. Seit Jahren. Ein Leben ohne jede Schneiderei wäre ja gar nicht denkbar. Nein. Nein. Sie machen es immer perfekt. Äußerst zufrieden damit. Nein. Ihr seht, es gibt auch verschiedene Masken hier. In allen Farben. Auch etwas sehr hübsches. Wunderschön. Ja. Okay. Dann wollten wir dann hier noch, sind alle Arten von Knöpfe. Das sind jetzt Steine. Okay. Aber hier sind doch die Knöpfe alle. Hier die Knöpfe. Das ist doch wirklich auch mal was Interessantes. So. Verschiedene Arten hier. Eine schwere Qualität. Sehr gut. Schick gemacht. Gibt es auch in verschiedenen Größen, wie man sieht. Hier etwas kleiner. Wunderschön. Hier eine riesengroße Metalltheke, wo auch die Kleider und Stoffe noch drin sind. Da oben kann man dann auch Teppichvorleger noch erwerben. In verschiedenen Mustern. Da ist auch wie Leopard. Das ist also auch wunderschick da oben. Hier diese Art. Das meine ich da oben ja. 25 Euro. Dieser wunderschöne Vorleger. Sehr, sehr schick. Hier haben wir dann auch Bringen. Modeschmuck aller Art hier. Kann man auch mal einblenden. Haarspangen. Wunderschön. Hier sind Haarspangen. Hier die bunten. Ja, die finde ich auch sehr hübsch. Ja, und natürlich, der Schmuck fasziniert mich immer wieder. Hier oben diese tollen Colliers. Sehr schick gemacht. Und hier, der Schmuck auch ganz, ganz toll. Die sind also so armreifen in verschiedenen Kreationen. Hier ist natürlich auch Schmuck. Also ich persönlich finde dann auch dieses Collier sehr elegant. Schick. Und diese Sache hier ist natürlich auch was Tolles. Jedes für sich ist wirklich sehr, sehr hübsch gemacht. Auch hier die Art. Die ist hier. Ja, dann wollte ich dann noch vorführen. Hier die Bartler. Das ist wirklich auch eine schöne Sache hier, ne? Sehr modern gehalten. Hier auch mal was anderes in der Musterung. Strahlende Farbe. Wer die der Rosen und Blumen mag. Hier die Art. Finde ich gar nicht so schlecht. Ja. Hier in hell auch. Schick gemacht. Das sind also kleine Rosen. Ja, ja. Ganz niedlich. So, wir gehen weiter. Ja. Und dann nehme ich hier noch verschiedene, hier für die Kinder. Ist ja auch süß, ne? Ist ja niedlich. Ganz süß. Und dann haben wir hier verschiedene Arten Tücher. Das finde ich auch sehr schick. Toll. Schick gemacht. Super. Ja. Also ich hoffe, bis jetzt hat euch meine Führung sehr gut gefallen hier durch das Geschäftsselektion. Ja. Und dann wünsche ich jetzt den Chefs noch schönes, angenehmes Wochenende. Also mir bitte folgen. Ja. Dann würde ich vorschlagen, es war alles hochinteressant hier. Und wir wünschen euch auf jeden Fall noch ein angenehmes, nettes, entweder unternehmungsvolles oder gemütliches Wochenende. Danke. Und bleibt mir gesund. Danke. Das ist das Wichtigste. Genau. Das ist das Wichtigste. Wir hatten heute den 25.09.2020 und ich wünsche dann all meinen lieben Facebook-Freunden und Interessenten an Waren, die die Schneiderei betreffen. Ja. Und auch natürlich hochwertige, kreative Dekorationsartikel hier. Wünsche ich also auch ein nettes, angenehmes, gemütliches oder unternehmungsvolles Wochenende. Okay. Alles Liebe für euch. Bleibt mir gesund. Tschüssi. 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 Tschüssi.